Ja, Leute, wir sind wieder auf FreundeTV. Heute sind wir in unserer Klasse. Wir haben jetzt Mittagspause. Es ist ungefähr wieviel Uhr? Ich hoffe, kein Lehrer kommt rein. Warte, wo ist die Scheiße Uhr? Okay, 1 Uhr für 36. Und ich wollte, ich hab Bock, ein YouTube-Video zu drehen. Hier ist Daniel. Wo ist mein LP? Hier ist mein LP. Die anderen sind alle die Pause. Leone und Ajali, die holen gerade Eis. Hier ist es gerade nicht so hell. Hier ist mein Sitzplatz. Ja, hier. Hier sind meine Bücher. Was hab ich rutscht? Ja, ja, Leute. Das ist mein Schulvideo. Guck mal, Alter. Lass mal hin, Ajali, Leonie. Ich bin gerade in der Klasse, Alter. Guck mal, ich zieh einfach durch. Lasst ein Like dafür, damit es euch gefällt. Ja, wenn Lehrer kommt, ich bin... Und abonnieren jetzt auch gerne. Ja, und abonnieren auch. Guck mal, einfach, wir sind in der Klasse. Wir haben Mittagspause. Weil wir haben 8 Stunden. Ey, geh nicht raus, ich höre, wenn Lehrer reinkommen. 45 Minuten haben wir Pause. 45 Minuten. Und ich bin jetzt eiskalt in der Klasse, Leute. Ey, schau, wie man kommt. Versteck dich unter den Tischchen. Ja, Leute. Wer ist da? Burak, Burak. Ich mach gerade YouTube. Lukas, YouTube-Video. Willst du da rein sein? Hier ist Lukas, mein Teddybär. Ja, Leute. Das Video hat euch gefallen. Ich wollte beim Klassen... Du gehst einfach aus Klo. Wir haben zu unserem Lehrer gesagt. Ähm, wir machen einfach Klasse sauber. Die haben gesagt, okay, obwohl die Klasse... Guck mal, mich dreckig in die Klasse überall. Guck mal, Leute. Ich bin mit meinem Handy eiskalt am Start. Mit Daniel und für 8 Stunden... Gehen wir danach mit der S-Bahn oder mit Bus? Keine Ahnung. Lass mit Bus gehen. Aber der kommt nur bis 7. Letztend ist er um 55 gekommen. Ja, wir gehen einfach mit Bus. Leute, ist das Video nicht krass? In der Schule einfach ein Video zu machen. Wenn Lehrer kommt, Alter, bin ich am Arsch. Mein Handy wird abgenommen. Aber ihr wisst ja, Leute. Zieh ich für YouTube durch. Ich hab keine Videos gemacht. Ich war auch ein paar Tage krank. Und ja, für YouTube zieh ich das halt durch. Ja. Ja, willst du noch jemanden grüßen? Nein. Nein? Nein. Okay, willst du jemanden grüßen? Nein. Okay, ja. Und wir machen gerade scheiße. Wir haben gestern im Unterricht eine Stunde Ende gespielt. Weil wir haben so einen Film geguckt. Und dieser Film war langweilig. Danach, wir sitzen hier in der Ecke. Guckt, Leute. Hier sitzen wir. Hier. Und da hinten ist unsere Smartwatch. Die da. Ich hab hier auch Lehrer, mein Herz, Alter. Ich auch. Guck, hier ist unsere Smartwatch. Hier, wo Lukas ist. Da. Und hier sitzen wir. Wir waren einfach hier. Gerade Zeit so hier unter Tisch. Haben so Handy gespielt. Ich saß da und hab gerade Zeit Handy gespielt. Der ist draußen, Leute. Ja, okay. Das Video ist nicht so lang. Aber ich hoffe, das hat euch gefallen, Leute. Ja, Mann, Leute. Das war's mit unserem Video. Und like für Videos mehr. Lasst ein Like, da heißt es. Abonniert Freunde TV. Willst du dich mal grüßen, Lukas? Ich grüße. Wer grüßt du? Daniel. Daniel. Hi, hi, hi. Unser Klassiker. Das war's, Mann, hier. Meine Familie. Joli ist da. Willst du mal grüßen? Deine Mutter. Meine? Achso, die grüße an ihre Mutter. Ja, ja, Mann, Leute. Das war's schon mit dem Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, bei der Absatz kommt noch ein Video. Tschüss. 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 Tschüss.